Liebe Freunde der Freiheit, liebe Freunde der FDP, in den kommenden sechs Wochen geht's um alles. Sechs Wochen werben wir, arbeiten wir, kämpfen wir für ein gutes Ergebnis für die FDP. Und wir wollen in diesen sechs Wochen unsere Kernthemen, unsere Kernbotschaften in den Mittelpunkt unseres Wahlkampfs rücken. Gute Bildung kostet schlechte noch viel mehr. Und deshalb kommt es darauf an, unser Schulsystem, unser Forschungs- und Universitätssystem so gut wie möglich auszustatten. Es war uns wichtig, dass wir 13 Milliarden Euro mehr in dieser ablaufenden Wahlperiode mobilisieren konnten für Forschung und Bildung. Denn Innovation, neue Technologien, das schafft neue Marktchancen und Sicherheit für die Arbeitsplätze. Wir wollen mehr Ganztagsschulen und dort, wo liberale Verantwortung tragen, wird das Ganztagsschulsystem auch ausgebaut. Aber kein Zwang für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern am Nachmittag. Es gibt auch Älteren, die in ihrem Lebensmodell ihre Kinder nach der Schule selbst betreuen wollen. Deshalb auch hier Vielfalt, mehr Möglichkeiten. Aber die Ganztagsbetreuung wird zunehmen und das ist gut zu sein. Wir müssen die Möglichkeiten schaffen, für jene, die arbeiten wollen, auch unter Dreijährigen gut betreut zu wissen. Aber das Familienmodell, das ein Elternteil die unter Dreijährigen erzieht und betreut, das ist nicht besser und nicht schlechter. Darüber werden Liberale nicht richten, sondern auch hier Möglichkeiten und Optionen zu schaffen, ist die Aufgabe der Politik. Wir wollen als Liberale das elterneinkommensunabhängige BAföG einführen, damit all jene, die ihre Chance nutzen wollen, das auch können. Deutschland ist ein Land der Möglichkeiten und der Chancen. Und gerade unsere steigenden Wirtschaftsdaten zeigen, wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte in unserem Land. Und die wollen wir zuallererst durch die Förderung der Talente unserer eigenen Bevölkerung decken. Das ist unsere Aufgabe, Vielfalt im Bildungssystem mit Chancen für alle. Das ist die Vision der Liberalen, an der werden wir weiterarbeiten. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei mittun und uns unterstützen. Jeder Stand, jedes Plakat, jede noch so kleine Spende, jede Großfläche, die hilft uns auf diesem Weg in den kommenden sechs Wochen. Vielen Dank für das Engagement. Vielen Dank.